Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fury. Ich mache ein bisschen Vorproduktion. Ich bin euer Cookie. Wir haben immer noch nicht den ersten Gegner fertig gemacht, aber ich versuche es mal trotzdem weiter. Ja, ja, komm her. Oh nein. Wie kann ich nur? Alter, komm schon. Oh, oh, oh. Aua. Ja, komm her. Wir heilen uns jetzt einfach mal. Das ist noch so sehr easy, Pile. Das zählen ist ein bisschen schwer, Alter. Das sag ich, Ull. Hey. Aua. Okay, das klappt, das klappt. Also, das ausrichten soll. Sorry, dass ich gerade nicht rede, Alter. Das geht ja mal gar nicht klar. Dieses Spiel ist süß, schwer. Aber es gefällt mir. Hätten wir mal auf easy-Mode gemacht. Haben wir aber nicht. Ja, hast du recht. Bang. Ist das die easy-Mode? Bis jetzt, ja. Aber das letzte Level, ne? Das letzte Level ist nicht mehr koscher. Tust du das? Bang, 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 bang. Aua. Aua. Geh weg, Alter. Jetzt reicht's mir. Ja. Glaube ich. Selbst wenn ich gerade vielleicht nicht so gut bin. Öh. Ich hab Papier dazu gekriegt. Das wolltest du doch nicht. Ja. Hast du recht. Züch ab, Alter. Ha. Krack, krack, krack. Schön ausgewichen. Mann, der macht Damage, der Kerl. Oh, das, das war's schon. Okay. Ich frag mich, warum dein Gesicht so schwarz ist. Aber naja, man... Man sieht so ein bisschen verkohlt aus. Hä, hä. Tja. Na? Wow. Rast doch nicht gleich aus, Kollege. Voll daneben, voll daneben. Na dann los. Ja, komm schon. Wow. Mal gucken, wie dir das gefällt. Was war das denn, Alter? Alter, bummerer? Wow. Weiß ich auch nicht. Werde ich das? Bang. Und bang. Komm her. Show me what you got, bitch. So. Ha. Ausgewischen. Oh no. Aha. Alles klar. Alles klar. Ja, ja, ich hab auch sowas. Ist das nicht cool? Findest du nicht auch? Ja, ich auch. Wow. Kannst du mal aufhören? Nicht zu bock, nur Arschgeige. Krieg das ab, Junge. Ja. Wir sind das. Wir sind das. Okay. Oh, wir haben den Gott gebring. Ja. OOOH NOO 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 NO NOOO NOOOOO Au Das darf nicht wahr sein ich hab richtig verkackt. Kommg dir wieder auf Junge du schaffst er Was für n sadistisches Arschloch Ja, wo willst du hin, hä? Ja, immer noch. Sich ab, Kleiner. Niemand legt sich mit Cookie ungestraft an, hä? Mach das. Oh, das wollen wir doch sehen. Bam, bam. Boom. Yeah. Mann, dieses Spiel lässt das Blut pumpen. Wow. Da passt man einmal nicht auf, hä? Ach, werde ich das? Das werden wir noch sehen. Steht noch nicht geschrieben, mein Lieber. Oh. Wow. Mann, wie sehr kann ich den noch verkacken? Konzentrier dich, konzentrier dich. Ja, ja, dachte ich auch, aber... Wow. Ich heil mich aber, mein Lieber. Oh, echt? Cooler Shit, den ich hier hab. Aha. Was ist das? Ja, hast recht. No way in hell lasse ich dich gewinnen, Alter. Boi, oi, oi. Jetzt rastet er wieder aus. Da hast du recht, Alter. Ich hab echt keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wir studieren das jetzt erstmal. Wir gucken uns das an. Wie sollte man ihn am besten kriegen? Die kleinen Teile krieg ich kaputt. Mann, mach doch die anderen auch kaputt. Oh ja, oh ja, komm. Ich muss dir das nur überleben. Das wirst du? Lass mal sehen. Hm. Wow. Komm her, Kleiner. Ich warte nur auf meine Chance. Bam. Oh. It can be. Oh ja, wein doch gleich. Los. Sorry, dass ich so aggressiv bin. Aber das liegt daran, dass er echt gut ist, der Kerl. Steck ihn ab. Töte ihn endlich. Hat sich anders verdient. Oh. Er labert, Enter noch. Dein Wille wird gebrochen. Du gehst zurück in die Zelle. Er ist tot. Bravo. Excellent. What a thrill. Not your first time, right? Anyway. The good news. We're one step closer to freedom. The bad news. There's more out there waiting for us. Oh, echt? But don't worry. I know them. I can help. Du kannst mir helfen? Vollgas. Believe me. What's waiting at the end of all this is so worth the trouble. You and me. We're in the same boat now. Now let's get the hell out of here. Aber diese Regeneration von unserem Charakter finde ich einfach nur cool. Wir machen den Swagging Walk Wir kriegen es einfach nicht hin Weißt du, wir laufen Oh, sie werden also auf dich vorbereitet sein Oh, shit Ist das denn noch irgendeine Kohle da? Swaggy Hair Guckt euch die Haare an Sieht aus, als könnte ich nichts machen Jetzt machen wir natürlich den Auto-Walk Wir sind nämlich der Terminator Nur mit Schwert und einer Pistole Seems legit, right? Tut es das? Du meinst, ich kämpfe uns da durch und du bist nur dabei Aber du bist ein komischer Hase, eigentlich traue ich niemanden mit einem Hasenkopf Zu viele Mangas gelesen, wo die eigentlich ziemlich böse sind und dich dann umbringen und mit deinen Innereien spielen Yeah Basically like that Lass mich raten, der war so unglaublich easy Und jetzt kommt der wirkliche Part, weil es ja noch Tutorial war Ein schwebender Hasen? Ich erzähle dir, was ich weiß, auf der Weg Ja Aber nicht erwartet all die Antworten Es ist alles, was ein Mann macht Let's go, let's go, baby Cool, wenn die jetzt anders rangekommen wären Und wie hat der sich jetzt geportet? Das, mein Freund, ist eine Prisone Eine Prisone innerhalb einer Prisone Ein sehr klämer Trick Wenn du die porten kannst, warum haust du nicht alleine ab, Hase? You and the prisoner have a lot in common She turned up one day Destroyed everything in her wake And then, bam She got caged Mhm Portet er sie jetzt? We have abs Wir haben die Bauchmuskeln, wir können gewinnen They had to build all these layers, so she couldn't get out And you couldn't hear her screaming Ist sie jetzt unser Freund oder unser Feind? Ist das ein Death Battle hier? Prisoner gegen Prisoner, also Krimineller gegen Krimineller, oder was? Und wir schwagen einfach so They tried to tear through those walls so many times But they just kept going back around her It competency insane Enraged sie will haunt anything and rip it to pieces cling to your function now that's some jailer right? but you and me we know that being locked up fucks you up inside we know that so well don't we? that's why we did what we did that's why we're getting out that's why our story doesn't end like hers ich möchte gern mehr Backstory zu meinem Charakter haben, das wär immer cool ich swage davon in die Höhle des Löwen was passiert jetzt? klopf klopf ich würd gern Kaffee haben ein Laser? ist das jetzt der Werter oder was? alter, was läuft bei der denn falsch? aua no 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 alter alter was für crazy shit hier okay wow die Wand geht durch die Wand geht durch kaputt los John mach's einfach und schön drumherum und schön drumherum na geht's jetzt kaputt? wow 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 das sieht nicht gut aus komm her du ekelhaftes Ding du machst mir ein bisschen Sorge um ehrlich zu sein wow ach du scheiße Krasser krasser shit krasser shit krasser shit krasser shit Komm zurück. Ich will Freunde mit dir werden. Bleib stehen. Ich würde gerne sehen, wie sie wirklich aussieht. Bang. God Breaker. Kehle durchschlitzen. Fängt mit meiner Lieblingsbeschäftigung. Ja, ja, komm her. Wow. Die voll folgen mich? Komm her, Alter. Ich habe keine Lust auf dich. So schwer ist das nicht zu verstehen, oder? Mann. Stirb einfach, Mädchen. Wow. Wow. Sorry, dass ich gerade nicht rede, weil das Spiel ist unfair. Nein, ist es nicht. Es ist hart, aber fair. Aber krass, wie die die einsperren mussten. Aua. Aua. Oh Gott, jetzt kriegt sie ihre Hände? Jetzt hat sie eine fucking Sichel? Ist das euer Ernst? Eine Sichel? Komm mal her. Ich warte gerade nur auf dich. Was? Die schlägt einmal zu. Alter, Alter. Das ist das Spiel, ne? Au. Ja, rast du mal aus, Kleiner. Hü, hü, hü. Ich mach die fertig. Komm. Schön erstmal hochheilen. Es ist angenehmer, dass es jetzt auch in Nahkampf geht. Au. Nein, ekelhafter Laser. Mann. Ich und meine Parry-Künste, ne? Alter, Alter. Es ist voll unfair, dass ich sowas habe. Komm her. Komm, Parry, Parry, Parry. Das darf nicht sein. Sie hat sie jetzt auch wieder voller AP. Du kranke Psychopathen, Tante. Ich mach aus die Schischkebab. Komm her. Guard Break. Und Kehle durch. Puh. Nochmal Guard Break. Und Kehle durch. Bang. Hattest du wohl die Hoffnung, Kleiner, wann? Ah, den letzten hab ich nicht geblockt. Scheiße. Äh, ja. Bitte raste nicht einfach wieder aus, Kleiner. Ich find das jetzt nicht in Ordnung. Und bang. Komm schon, komm schon. Ja. Was passiert mit... Alter. Scooter hier, oder was? Bam. Na, was passiert jetzt? Macht sie jetzt ihre Beine da kaputt? Alter. Komm durch, komm durch. Ich trau dich doch. Alter, ist die schnell, die Alter. Das ist krass mit dieser Sense. Nicht schon wieder sowas. Was? Findest du nicht ein bisschen unfair, ne? Rass du ruhig aus, Mädchen. Ba, 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 bam. Am liebsten würde ich dich da runterschleudern, wie du da ja auch hingehörst. Wow. Da müssen wir nah an sie ran. Bang. Komm, Breaker. Komm her. Oh, noch einmal. Wow. Okay. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Tumbo Breaker. Bam. Wow. No, 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 no. Alter, die hackt voll auf uns rein. Die alte Psychotante. Frecke doch. So schwer ist das nicht. Ich will doch nur, dass du stirbst. Ist das so viel zu verlangen? Ist das viel zu viel verlangen? Kann die alte auch mal. Finde ich ziemlich psychisch, muss ich ernsthaft zugeben. Ich habe Kacke gewonnen. Oh. Ich will doch nur gewinnen. Komm. Lass du mich aus, du wahnsinnige Thuse. Ich will doch nur gewinnen. Nee. Ich glaube, diesmal schaffen wir es nicht. Bam, 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 bam. Probierst du noch einmal. Komm. 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 Den letzten habe ich natürlich wieder nicht gekriegt. Stirb einfach. So schwer ist das nicht. Da muss ich nur meine Klinge ergeben lassen. Okay. Stirb einfach. Lass du... Gleich ist das nicht so eine gute Idee. Aber naja. Haha. Boom. Stirb einfach, Kleiner. Okay. Mach es mir nicht so schwer. Mach es dir und mir nicht so schwer. Wie wäre es? Wir arbeiten zusammen. Du lässt mich einfach gehen. Und ich... Ich... Ich werde dich hier einfach in Ruhe lassen. Der hat pinke Füße. Mann, ist sie creepy, die alte. Äh... Als ob das jetzt hier fertig wäre. Äh. Oha. Uh. Was geht denn bei der alten ab? Verreckt einfach, okay? Alter. Die will es aber wissen. Äh. Bam. Combo Breaker. Stirb du... Kranke Tusse, Alter. Ja. No. So schwer ist das nicht. Ja komm, ja komm, ja komm, ja komm. Mann. Du und deine Kack-Laser. Weißt du das? Manchmal kotzt du mich richtig an. Diese Folge geht schon seit 30 Minuten, aber ich will sie nicht cutten, weil wir gerade mitten dabei sind. Nein. Hört ihr das? Die rastet komplett aus, die Alter. Ja komm, ja komm, bang. Ja, schieß du ruhig nur deinen Laser. Au. Au. Umso weiter ich von ihr entfernt bin, umso glücklicher bin ich. Aber ich weiß gar nicht, ob das eine gute Idee ist. Stirb. Komm. Puh. Meine Herren. Na komm her. Komm her durch. Ich will sie doch nur tot sehen. Gännis mir. Du kranke Tussepaten, Tante. Du musst einfach nur sterben. Au. Das ist nicht gut. Du kannst jetzt stoppen. Wir sind auf der Weg zur Freiheit. Du wirst sie verletzen. Ja, da hast du sicherlich recht. Also meine Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nimm den LP, sagt der langweiler AD. Schreibt mir bitte in den Kommentar, was ihr verhaltet. Oder irgendwelche Tipps. Alter, es ist viel scheiße. Du hast gesagt, schwer. Und ich sag bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Das ist nicht gut. Untertitelung des ZDF, 2020